Welche Energien auf Sie warten oder Sie beeinflussen? Rosalinde Heuler verrät es Ihnen. Tagesenergie Montag, 27. Juli Glas, klare Orientierung, neue essentielle Wahrheiten werden erkannt, emotionale Unentschlossenheit kann beendet werden. Ihr Qualitätsbewusstsein ist gesteigert, Sie geben sich nicht mehr mit faulen Kompromissen zufrieden und das bringt schlussendlich neue Lebensfreude und auch Erfolge. Bleiben Sie aber am Boden der Tatsachen, Selbstüberschätzung sollte Ihnen heute nicht passieren. Sie sind sehr charismatisch, präsentieren Sie Ihre Stärken und Qualitäten durch die tolle Schwingung, sind aber auch Blender unterwegs, also etwas aufpassen und schauen Sie bei Verträgen auch auf das Kleingedruckte. Letzene